Jetzt war der 85 bergab oder was? Warum hat er ja nicht von überholt? Der Lastzug ist auch 85 gefahren. Naja, nicht bergauf, aber auf den Geraden. Der Tanklastzug, der kleine. Jetzt lässt er es rollen. Ich auch. 85. Jetzt war der Ding eingestellt. Ja, geht doch. Zwei Brücken. Zwei Brücken. Zwei Brücken. 20 Kilometer. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden, was du machen willst? 90 oder 85 fahren? Alter Mann, die Autos waren mir immer voller. Um zu überholen, muss ich näher ran. Kann aber nicht, weil lauter Pkw von hinten kommt. Scheiße, jetzt kommt da noch ein Lkw auf die Automaten. Jetzt ist er ja wirklich schnell wieder Vogel da vorne. Ich bin jetzt nur mal raus, hab die Kollegen da auf die Automaten gelassen. Ich bin jetzt nur mal raus, hab die Kollegen da auf die Automaten gelassen. Ja, also ein 80 und der kommt den Berg nicht mehr auf. Jetzt bin ich auch ein 80 runter. Reicht nicht. 70. 67. Ich hab nur guckt wegen dem Belgier, der da gerade an meiner Linie vorbei ist. Weil er liegt in Bayern im Spiel abrassiert. Das ist alles passiert. Falten wir schon mit seinem BKW. Aber jetzt gibt Gas mit einem Wassergeil, was er da vorne dran hängen hat. Jetzt kann ich das da eigentlich nicht. Das macht er mit Absicht. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Oh, meine. 85. 86. 90 Bergabend. 81. 80. 85. 75. 85. 85. 85. 85. Ich muss ein wenig Abstand reinkriegen. Jetzt sind wir da auf 5,80m. Der kann jetzt Gas geben, so viel er will, das ist mir so Jacke wie Hose. Auf BKW, Gib den Gas, Raum auf, zack zack. Jetzt kommen noch zwei. Einer und dann noch zwei Stück. Du kannst dich wehren. Das bringt dir nichts. Dann lassen wir noch mal rollen. Gleich auf. Der wird zehn Kilometer. Wollen wir den Staub aufhören? Wenn wir hier links fährt, soweit möglich wie links, liegt hier in den Staub unteren. Dann freut die Autofahrer, die hinten ran liegt. Die halten mich dann freiwillig Abstand. Weil hier schön ist auch so schmotzig. Das ist ja nichts blödes Einfall. Was haben wir denn da? Durchgangsverkehr. Ja ja, zwölf Tonnen, wo das Wohnsache bis sechs Uhr blablabla. Dann geht's doch Blablabla. Wunderbar. Zehn Kilometer. Zehn Kilometer. Zehn Kilometer. Der ist ganz schön schnell. Der kleine blaue hier nicht. Der muss hinter mir weinen. Leider. Wenn jetzt wieder so ein beschressener Schild kommt, kann man vorbei. Naja gut, jetzt kommen jetzt die Autos. Jetzt müssen wir wieder Abstand korrigieren. Wir fahren 80. Man kann das sein, dass das Ding davon nämlich verarschen will. Die Straße auf die Autobahn, der Erfurter hier. Wir fahren mit 80. Wir fahren mit 80. 82. Ein Thüringer für Sie unterwegs in Europa. Bleibt lieber daheim in Thüringen. Würde ich mal sagen. Entschuldigung, aber es ist so. Wenn du mit 82 auf der Autobahn unterwegs bist. Da rast er auf die Autobahn vor dem Schildgut. Es kommt nicht raus. Es kommt jede Menge Blech von hinten. 7,3 Kilometer. 13 Kilometer insgesamt. Frankendal Nord und Zentrum. Ja. Aha. Roxheim. Buppenheim. Roxheim. Nicht Buppelheim. Buppenheim. Oh, da haben sie einen Anteil. Blaulicht. Schau mal. Was ist denn den jetzt da nicht rausgezogen? Der hat doch gar nicht. Der hat doch gar nicht. Das hat einen leeren Anhänger. Sechs Kilometer noch, dann. Pannheim, 15. Abstandsmäßig können wir mal eine Schippe drauflegen. Wir sind ja schon bei 78. Ich schleiche ja nur noch über die Autobahn. Und ich habe so einen kleinen M&M hinter mir, noch mit Abstand, noch fragt sich wieder an. Werkel, Werkel. Grumbein, internationale Spedition. Grumbeinheb und Stroller. Broms, Ludwigshafen, Naut. Mannheim, Sandhofen. Vier Kilometer, ich habe keine Ahnung wo es hingeht. 9,3 Kilometer insgesamt. Ich hoffe, dass es schnell geht. Wird er von hinten oder von der Seite. Am liebsten ja von hinten im Stehen. Mit Hupen, das kann nicht schlecht. Ja, ich hole nicht, weil ich nicht weiß wohin. Sonst wäre ich schon längst vorbei. Ich könnte ja auf den letzten Meter nur überholen. Jetzt kommt jeder, der mich gleich von hinten. Dann wird da einer angeschossen. Einmal noch in der Kurve. Das sehe ich nicht, wenn das von hinten kommt. 3 pkw. Vor allem sieht es auch nicht schöner aus. Muss man mal sagen. Das ist ja auch die Brücke, in der die Wohlverbot gemacht haben. Bis bald in Rheinland-Pfalz. Echt? Was ist da rein? 2 Kilometer runter. Aua. Aua. Rockschloss Mannheim. Au. Baden-Gürttemberg. Baden-Gürttemberg. Da steht natürlich nichts oben drüber. Herzlich willkommen oder so. Alles Gute Baden-Gürttemberg. Nein, angenommen Baden-Gürttemberg. Schön. Ja, das ist bei Bayern auch so. So was von unfreundlich die Bayern. So, hier. Freistaat Bayern. Lampertheim. Mannheim-Sandhofen-Waldhof. Lampertheim in 500m. Ja. Ich blinke jetzt schon mal, damit der Kollege hinten weiß, dass ich hier runter möchte. Schutburg. Mit Anhänger. Wir holen den auch noch, weil der ist langarschig. Viel Spaß mit dem Vogel aus Erfurt. Das ist doch nicht meine, wenn ich gerade die schleiche, sondern der Vordermann. Nicht wahr? Ach, da kommen wir jetzt raus. Sieh mal einer an. Da kommen wir bei SCA raus. Oder? Wie heißt das denn? Ja, dieser Scheißhaus-Papier-Hersteller. SCA, glaube ich. Heißt die Firma. Ja, genau. In 800m über die Kreuzung fahren. Da ist drüben bei der Tanke. Der möchte gerne raus. Lässt aber keine Sau raus. Kein Problem. Wenn die Gangschaltung mal so machen würde, wie ich es will. Also, geht doch. 50. Boah. Die Straße ist nur eigentlich schlecht. In 500m Rechtswagen. Au. Ich doch. Werke von Miesenheimer Insel. Werke von Miesenheimer Insel. 250m. Au. Ich doch. Dann bist du am rechten Fußball. Der wird auch dabei. Begrenzungslicht hinten. Ach nee. Aus hier. Das ist mit Rufiergebiet. 3 & 4. Das ist an der Hooverstraße. Ja. Das ist mit Miesenhäner Schubert. Da ist sie auf dem Jurgen. In der Schubert. Und das ist es bei Miesenhäner. Ein Rufiergebiet. 3 & 4. St. Hoferstraße. Der Arm ist lang. Der Arm ist lang. Da kann nichts reinkommen, weil die jahre in Grün handeln. BASF, da drüben ist SCA, sag ich doch SCA. SCA, Tor 3, LKW. 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 1,6 km, also Armleuchter, dämlich, dämlich dämlich, ja. Scheiß Autofahrer dauernd. Da schlägen sie dir mit einem halben Meter hinten dran, am Auflieger hinten, ja. Die Blödsinn überholen. Na, mein Freund aus Ludwigshafen, scheiß Autofahrer, an der Ampel trifft man sich immer wieder. Wo haben wir jetzt Kaltbausen mehr machen? Ich meine Handyaufnahme. Wir sind jetzt eh gleich da, 1,2 km. Fahr halt zu mit einem Hotel Alien da vorne, oder? Nissan Fahrer. Die kennt sich. Auf der anderen Bahn drüben ist einer gefahren. In 500m Richtsabbiegen. Oha! Äh, nicht die erste, sondern die zweite. Ich dumme die erste. Nein, da wollen wir nicht rein. Oha! Da sind die Streifen auf der Straße schon langsam. Oha! Da wo der rauskommt, sagt's ja Wahnsinn. Oha! 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 Da soll ich anfangen. Okay, Einsteinstraße. Oha! 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 Was ist denn das denn drum, hier? Für'n komisch Haus. Zum Gewochert alles. Oha! Dienerdienst? Ui! 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 Es ist rot! Nein! Haffengebiet betreten ist nur den dazu Berechtigten auf eigenen Gefahr gestattet. Ach so. Ich mein, ihr kommt gerne wohl, ein Autofahrer, wenn ihr wollt. Der möchte jetzt rückwärts fahren. Ach, der möchte da drüben einfach rein. Oh, guck mal. Auf dem Kikaku. Tuck, 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 tuck. Och, da kommt einiges hinten nach. Das ist ja nochmal ein Mühe-Container, hm? Statt Karlsruhe, Statt Karlsruhe, 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 Karlsruhe. Und Ende. Bringt mir noch nicht viel. Was wich denn das Ding? Ähm, steht mir drauf. Seh ich jetzt halt. Wenn ich jemand will, wo der Vogel vor mir hin will. Ah, der will da reinfahren. Kommt noch nichts her? So, die nächste geht's dann rein. Wenn das mal stimmt. 14 A bis 20. Boah, Alter. Mann. Alter. Einstein, Einstein 14. Türen abhole. Ich will kein Türen abholen. Türen abholen. CEG, HSF, Hydraulik. Äh, 20. Varopack. Ah ja. Da müssen wir rein. Für Boah Kwaner. Alles gut, bis gleich.